Total ausgebucht. Am Yachthafen könnten wir noch was kriegen. Piero sagt, da ist ein riesen Doppelbett auf dem Boot, das wir benutzen können. Auf jeden Fall müssen wir morgen raus und das Wetter genießen. Der Chirocco ist auf dem Weg hierher. Das ist dieser warme Wind aus der Sahara, von dem ich dir erzählt habe. Mit Regen? Naja... Nein, der ist trocken mit Sand. Marianne. Leidet Paul hier auch unter seinen Kopfschmerzen? Oh, meine Harry, auf mit dem Mist. Sie darf nicht reden und das sag ich nicht nochmal. Natürlich darf sie reden. Als Björk operiert wurde, hat sie nach zwei Wochen wieder ganz wunderbar... Verdammt, das ist mir scheißegal, was mit Björk war. Okay? Oder mit Adele? Nein, hier ist alles gut. Mit ein paar Tabletten haben wir alles im Griff. Wie lautet dein Name? Welches ist deine Lieblingsfarbe? Also wirklich, willst du, dass ich dir eine runterhau? Welches ist dein Auftrag? Nicht so zu Ende wie Julie Andrews, alles klar? Scusa, Quattro Daiquiri. No, no, tre. Oh, verdammt, ja, ja, entschuldigung. Oh, sprichst du dich? Es war mir dass du, deve, ja, ja. Und du, 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 du hast du, ja. In esos 1 Personenérationverted. Und du, du, du ist ein Hairstbulant. Komm, 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 komm zu mir. Direction NYC. Kaia, 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 Kaia. Sometimes I stay out late. Yeah, I'm having fun. Yes, I guess you know by now That you ain't the only one. Ooh, baby. Sweet things that you promised me, babe Seem to go up in smoke You vanish like a dream Cause I'm worried I just can't seem to find my way Wooh! 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 Wunderschöne Frau! Salute! Du bist ziemlich häuslich für einen Rockstar. Ich nehm 10% von etwas weg, das du richtig gern hast. Dann seh mir mal, wie du das findest. Was hat Paul in deinem Leben zu suchen? Du bist obszön. Wir sind alle obszön. Jeder ist obszön. Nur darum geht's doch hier. Ich bin alle obszön. Woohn, wohnen bei 데� Vielen Dank.